Everton gegen Arsenal, Anstoß 2045 und ich fange an mit dem ersten Booster. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zum nächsten Premier League Oracle am 16. Spieltag und die englische Woche ist angesagt und somit gibt es auch Orakels unter der Woche. Heute am Dienstag werde ich die Partie Everton gegen Arsenal London Orakeln. Zwei Booster liegen wieder bereit, eure Tipps könnt ihr unten in die Kommentare schreiben und an diesem Freitag werde ich dann die richtigen Tipps von diesem Spieltag einlenden, vom 16. Spieltag und auch vom Wochenende, vom 15. Spieltag, Leute. Also Orakel You Writet Folge 3 wird quasi eine XXL Folge, weil die zwei Partien hier unter der englischen Woche kommen auch noch dazu. Also morgen werde ich auch noch eine Premier League Partie Orakeln heute erstmal. Everton gegen Arsenal, Anstoß 2045 und ich fange an mit dem ersten Booster. Everton gegen Arsenal. Mein Tipp ist, dass Arsenal gewinnt, ich sag mal ganz knappe Kiste 0-1. Wir haben hier Gray von Burnley, dann Unoma von Tottenham, Aaron Ramsey 0-1. Arsenal geht in Führung durch den Baliser hier. Andy Carroll, Kuiate, Sakko von Crystal Palace, McLean von West Bromwich, Manoné von Sunderland und IB von Burn, 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 Burn hier. AFC Burn, Murph oder irgendwie so. Ich hoffe, ich habe den Verein richtig ausgesprochen. Wenn nicht, ist auch egal, würde ich sagen, oder? Aber Everton gegen Arsenal und zur Halbzeit führt Arsenal mit 0-1 und ich habe ja auch am Anfang des Videos gesagt, dass Arsenal 0-1 gewinnt. Und was haben wir hier denn bei YiYi Matchwinner von Manchester United? Eine geile, geile Karte. Oh yeah, so dann noch das Tottenham-Logo. Die Logos sehen auch cool aus, aber ich finde die deutschen Logos irgendwie geiler. Hugo Lurie, Skotran Mustafi erhöht zum 0-2, wahrscheinlich per Ecke, Kopfball oder so. Dann noch Ragnar Klavan von Liverpool, Prödel von Watford, Baston, KDB Kevin De Bruyne und Ryan Mason von Hull. Und somit geht die Partie hier 0-2 aus. Torschützen sind einmal Aaron Ramsey und dann noch der deutsche Innenverteidiger, Skotran Mustafi. Okay, 0-2 gewinnt Arsenal. Ich habe nur eins getippt. Eure Tipps könnt ihr jetzt gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Checkt die Videos aus, die heute online kamen. Advent, äh, hier, Adventskalendertürchen und so weiter. Haut rein, bis zum nächsten Mal Tschüssü